Eine Kiste weniger. Was machen wir hier heute Schönes? Heute ist mal Eistraining, mal wieder. Endlich mal wieder. Hast du vermisst, ne? Ja, die Schlepperei für einen. Komm, stellt sich doch nicht mal so an. Ich nehme noch den Wasserkasten. So, ready? Immer für euch, Jungs. Guten Tag. Wo ist denn die Security? Ich dachte, heute keine Kameras. Das wollte man besser nicht sehen. Ah, doch. Du sagst nie unten. Nein. Kannst du ruhig machen. Wir haben ja keine Kamera. J-Mellis. Ja, natürlich. Ja. Wie ich dich feiert, weil da sind ja die Kühle in 1, 2, 3. Du siehst, wo unten ist. Nein, da ist das auch noch. Nächstes Mal den Außenregner. Echt? Boah, geil. Das sieht nach Sommerfraunen aus hier. Das ist aber das. Fertige Schritte wieder. Gut, 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 gut! Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Das war's. Unglaublich, echt. Es ist eine wichtige Termine. Es ist eine wichtige Termine.